Der Film von Seeleuten und jungen Menschen Ich kann ihn nicht im Stich lassen Und ich Hannes Du müsstest endlich mal bei dir Reinschiff machen So, jetzt reicht's mir aber Ich komme mir hervor wie auf einer Gerichtsverhandlung Wer denkt, wer denn ich hab, das hat sich nicht getan? Da fehlt einfach In der Lehrlingsflotte einer Der die Züge straff in der Hand hält Mich braucht ihr wohl gar nicht mehr zu fragen Ich bin ja bloß ein Mädchen, was? Ach Quatsch Vielleicht hat er dich nicht gefunden Ich hätt euch jedenfalls sagen können Dass ihr anders viel besser an Kurt rankommt Weißt du Manch einer rackert sich sein Leben lang ab Und kommt nie zu was Und der andere Der macht einfach ein Salto Und ist oben Der hat wohl nicht alle Tassen im Schrank Aufmachen! So, die Mannschaft meutert wohl Geben Sie können an Bord kommen und bestimmen Aber nicht von dänischem Boden aus Wir haben Funkverbindung mit der 181 Sie ist auf der Rückfahrt Was ist denn los? Steck mal den Kurs ab Du änderst den Kurs Wer soll denn denn kentern? Es spielen für sie Erwin Geschonek Rita Gödeckmeier Ottmar Richter Hans-Ulrich Thein Wilhelm Koch-Hoge Und viele andere SAS 181 bitte melden SAS 181 antwortet nicht Dieser Film voller Spannung und Abenteuer läuft demnächst in diesem Theater Untertitel von Diener